Wir befinden uns hier an einem Relief, das Anfang des 2. Jahrhunderts nach Christus entstanden ist. Es handelt sich um ein Grabrelief. Grabreliefs sind in einer Regel aufgeteilt in eine Inschrift und in die eigentliche Darstellung, die den Verstorbenen oder die Verstorbenen zeigen. Gefunden wurde das hier in Köln am Kuniberb-Kloster. Die römischen Inschriften sind insofern etwas kompliziert, weil sie oft in Abkürzungen geschrieben sind. Das heißt, als Epigrafiker, das sind die Menschen, die sich eben mit den Inschriften befassen, müssen die Abkürzungen gut kennen, um diese Inschriften zu entziffern. Diese Inschriften sind insofern wichtig, weil man daraus das Sozialleben der Menschen rekonstruieren kann, ihre Karrieren rekonstruieren kann, welche Berufe sie hatten, wie sie zueinander standen. Also die römischen Inschriften sind eine sehr wichtige Ergänzung zu den literarischen Quellen. Wenn wir uns die Inschrift mal genauer angucken, geht es los mit dem DM. Das ist dies manibus. Das ist also an die Totengötter. Es gab also in der Unterwelt Totengötter, die man auch immer angerufen hat, verehrt hat, weil sie wichtig waren, gerade für die Verstorbenen. Und im Feugenden haben wir dann den Namen, der diese Inschrift, der dieses Relief gesetzt hat oder hat setzen lassen. Ein gewisser Gaius Iulius Maternus. Er hat es für sich und für seine Frau setzen lassen und wir wissen auch, welchen Beruf er hatte. Er war nämlich Soldat. Er war ein Veteran und zwar der ersten Legion Minervia und er hat es für sich schaffen lassen, als er noch lebte. Vivos Sibi. Und hier oben unten, Feket. Er hat es machen lassen. Er hat es gemacht. Er hat es natürlich nicht selbst gemacht, er hat es machen lassen. Aber nicht nur für sich, sondern auch Ed für Maria, Markelina. Und sie ist ganz besonders gekennzeichnet. Es ist nämlich die Ehefrau. Es ist die süßeste Ehefrau. Sie ist die keuscheste Ehefrau, aber sie ist eben auch bereits verstorben. Also dulcissime, tatissime, propite. All diese Endungen sind im Wittungsdativ gehalten. Wir sehen hier den ehemaligen Soldaten Julius Maternus liegend auf einer Kline vor ihm ein Beistelltisch mit einer Decke, belegt da oben drüber, Speisen. Es sind kugelige Speisen, könnten Äpfel sein beispielsweise. Und hinter ihm als kleine Figur eine Dienerfigur, ein Sklave möglicherweise, der einen kleinen Krug hält. Er selbst liegt und hält einen Becher in der Hand. Also er prostet dann seiner Ehefrau zu, die auf einem ganz spezifischen Stuhl sitzt. Das sind Korbstühle gewesen. Und sie hält auf Speisen in der Hand. Beide sind wohlgekleidet mit langen Tuniken bzw. langen Gewändern. Und im Hintergrund der Frau haben wir eine weitere Person, eine weibliche Person. Man kann auch hinten am Kopf auch den Zopf, den ganz kleinen Zopf erkennen. Da ist jetzt die Frage, ob es sich um eine Tochter handelt oder auch um eine Dienerin. Das ist nicht ganz klar. Also letztendlich hat sich hier der ehemalige Soldat abbilden lassen, verheiratet und mit Reichtümern umgeben. Er kann sich eben diese Kliene und die Speisen leisten. Und er kann sich obendrein auch diese Inschrift leisten. Diese Inschrift mit der Darstellung des Verstorbenen aus einer Frau war nicht ganz billig. Also er muss gut verdient haben, wie das bei den Soldaten in der Regel der Fall war. Und er kann sich eben diese Inschrift mit der Darstellung des Verstorbenen aus einer Frau war nicht ganz billig.